Hallo liebe Waltrupper, mein Name ist Stefan Oberkönig. Ich bin Vorsitzender von Tortoniasus Waltrop und initiiere mit meinem Freund Thomas Wilk den Waltrupper Weihnachtsmarkt. Ich befinde mich jetzt hier auf dem wunderschönen Vorplatz unserer Petruskirche, wo vom 15. bis zum 16.12. unser Weihnachtsmarkt der Vereine stattfindet. Dafür haben wir ein Crowdfunding gestartet, wo die Volksbank Waltrop uns 5 Euro dabei tut, wenn ihr eure 5 Euro spendet. Das heißt also, ihr seid gefragt, weil das ist nicht unser Weihnachtsmarkt, das ist der Weihnachtsmarkt der Waltrupper Bürger und der Waltrupper Vereine. Und so haben wir einen wunderschönen Weihnachtsmarkt hier am Petrusplatz. Dankeschön.